Da habe ich dir auch vollkommen recht. Warum sehen wir eure Kultur schlecht an und wir haben keinen Respekt davor? Das ist doch eure Kultur. So sehe ich das. Das ist doch eure Kultur. Wenn eine Frau mit einmal schlafen darf, das ist doch eure Kultur. Du hast doch gerade selber gesagt, das ist normal. Aber warum würdest du das nicht mit muslimischen Mädchen machen, aber mit deutschen Mädchen? Mach mal an, was würdest du da machen? Weil, wenn man mit einem muslimischen Mädchen schläft und sie entzündet wird, dann ist das so, dass die Eltern das als Schande ansehen. Und die Ehre ist befleckt. Wir müssen das alles sauber machen. Entweder der heiratet sie, und wenn nicht, dann zwingen wir die, und wenn nicht, dann knallen wir die ab. Dann ist die Ehre wieder sauber, und wir knallen auch sie ab. Was mich mal interessieren würde, definier mal Ehre. Erklär mal. Ehre? Also für mich persönlich ist Ehre, äh, was soll ich das sagen, ja? Ehre ist eigentlich mein Leben, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ähm, ja, so soll ich das erklären. Kann ich das erklären, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Okay. Vielen Dank.